jo leute und ich werde jetzt noch mal diese streaming app austesten und da kommt schon die benachrichtigung dass ich streame weiß aber ich werde jetzt noch mal austesten weil erst hat das ja nicht so gut geklappt habt ihr selbst gesehen nach einiger zeit hat geleckt und das hat mir nicht so gefallen deswegen werde ich das jetzt noch mal austesten okay ja ich schreibe noch was in chat falls es wieder leckt schreibt bitte in den chat ich schreibe das noch mal in chat dass es jeder sieht hi hero lord leckt schreibt bitte ich hoffe es liegt nicht ich auch ich habe da nämlich noch ein bisschen was angepasst und dann habe ich noch ein bisschen geguckt wie man das ändern kann und das sollte eigentlich funktionieren aber ich hoffe das funktioniert gut dann fangen wir doch auch schon mal an ich werde nebenbei hier mit gucken dass das passt ja okay machen wir danke so dann fangen wir mal an ja gegnersuche ein level 10 gegner ich versuche jetzt noch mal aufzusteigen in die in die liga 1 arena bin ich ja eh schon max ja das spielte auch schon sein feuergeister und alles andere was keinen sinn für ihn ergibt gleich so weg mit dem ganzen schrott und so viel schaden hat auch nicht gemacht ich glaube wir schaffen mehr schaden ja der turm ist schon mehr kaputt als sei also als meiner bisher leckt das noch nicht ist das gut mit dem overlay ja ich finde das overlay super gut aber das was mich genervt hat ist dass es dann auf einmal geleckt hat und das würde ich jetzt noch mal testen und ja okay ich habe endlich zwei abos ja ich habe dir schon herzlichen glückwunsch geschrieben joe lord wenn du namen hd noch nicht abonniert hast abonnieren bitte mal der kleine braucht auch noch hilfe so gleich wird er wieder sein hog rider spielen glaube ich zumindest oder auch nicht sepp drauf und dann ist das auch geklärt ja nein als ob der typ das abwehren konnte hätte ich jetzt nicht gedacht das sieht scheiße aus für mich mega scheiße ich habe jetzt überhaupt nichts zum abwehren okay gut sauber taktik ist auch kacke ähm wie was wie muss jetzt leider wie was was ist los leute ich kapiere das nicht was ihr da geschrieben habt ähm ja ich bin noch der einzige zuschauer ähm kann sich ändern wird sich vielleicht auch noch ändern ist leider so aber bei mir steht zwei zuschauer bei mir steht zwei okay erstens drei zuschauer bei mir steht immer noch zwei zuschauer ich bin noch der einzige also ja bei mir stehen eigentlich zwei zuschauer bei mir sieht das gut aus und bisher leckt das auch noch nicht mit der app aber ich bin gespannt wie das dann nach 37 minuten aussieht sepp geh drauf nice oh gott der hat mich ja mega überwandt bei mir kommen einfach keine achso bei dir kommen einfach keine ähm ja wenn bei dir keine zuschauer kommen du musst halt ein bisschen länger streamen und nach einer zeit kommen immer mehr zuschauer wenn du so eine stunde gestreamt hast es waren mindestens ja ähm vier zuschauer da und dann hast du wieder mehr abonnenten und dann kommt das langsam ähm youtube braucht zeit und eigentlich kommt ja alles mit der zeit und da ja ja ich bin gerade dabei und teste nochmal die streaming app mal stream app passt so vielleicht schaffen wir heute sogar noch 50 abos ähm wäre übertrieben nice und ja und ja gut ähm stört euch eigentlich oben bei dem level dieser schrift stream elements schreibt mal in chat ob euch das stört vielleicht stört sie euch dann würde ich die app mir irgendwann mal kaufen also die pro version wenn die euch stört okay seine dreckigen spiel das nervt ja jetzt echt der typ ist so stark schon wieder zerstör ihn und da kommt sein dunkler prinz das gefällt mir überhaupt nicht schon level 6 das viel ähm hey fight light ähm ja so subart hat hat schon wieder einen netten kommentar dagelassen ach sub up stimmt ich erinnere mich wieder so nett wie letztes mal wollen wir heute dieses challenge machen im challenge ja ähm ich werde mal gucken wie es dann mit der zeit steht ich werde jetzt erstmal diese aufnahme app austesten und es ist 16.09 vielleicht habe ich dann noch zeit nach 17 Uhr ich will jetzt erstmal versuchen hier so 40 minuten zu streamen um zu sehen ob die app trotzdem jetzt also ob die app jetzt geht ich habe nämlich erst noch ein paar lags gehabt ja du kannst ihn bannen oder du meldest das einfach und irgendwann wird er eh gebannt von youtube ach mann ich werde schon wieder überrannt alle ein abo und lag da lassen richtig so fight light so geht das wie gefällt dir eigentlich das banner fight also das overlay nicht das banner also die seitenränder jetzt sind sie ja nicht mehr schwarz so mann mann macht er viel schauen ich banne ihn jetzt aus meinen kommentaren mach das ist echt höfreich manchmal so in sparten wegzubannen cool danke ach mann der typ ist einfach viel zu stark schon wieder ich sehe schon wieder dass ich hier verlieren werde okay wenn es nicht weiter ist traurig bis gleich ja bis gleich und schon wieder verloren nice okay sind wir abgestiegen und nö jetzt reicht es mir aber ich versuche nochmal das deck hier das war eigentlich ganz nice ähm lade zuerst die princess und die nachthexe sollte auch regeln okay die princess wurde erst zurückgebackt keine ahnung wieso ich die erst nicht setzen konnte so nice äh die goblin gang gegen dich ne das war doch nicht die goblin gang ähm vertippt würde ich sagen der hat richtig nice truppen der typ hi felix rp ich hab dich erst in clash of clans besucht wir können machen wie ja sowas meinte ich oder ähm fight light was hältst du davon wenn wir versuchen so viel ähm ja was mega ritter wie möglich auf das schlachtfeld zu setzen zum beispiel und dann zählen wir mal durch wie viel es sind das wäre doch auch eine geile challenge oder ja super ähm zumindest ist der mega ritter jetzt durch okay ja gut jetzt die nachthexe hier mal schnell die goblin gang und der stream läuft noch flüssig das gefällt mir auf jeden fall äh heute früh hat mir das nicht so gefallen wie viele minuten streamen wir eigentlich schon ähm wo sehe ich wie viele minuten ich streamer egal hier sehe ich das norgens passt ja nice jetzt die nachthexe dahinter das war dämlich was er gesetzt hat der macht ja auch flächenschaden unser kleiner mega ritter und das sieht doch mal gut aus dieser kampf sieht gar nicht so schlecht aus für mich nice one schon wieder so ein sporten mit dem kopf er ist gebannt für immer das ist schön ach man der typ ist einfach schon wieder so stark losgehe auf die alte valküre ähm ja nice was soll ich sagen diese gegner sind einfach so stark geworden er ist gebannt für immer und hast du mich am anfang besucht ähm am anfang auf wem hab ich am anfang felix herrsch du warst ähm ich glaub du warst lass mich überlegen warst du level 100 in 30 noch was ich hab dich glaub besucht aber ich glaub du warst der letzte und du bist der rathaus 10er oder ähm er ist gebannt ja nice am besten schreibst du mal rein wer du warst also welches level du bist dann kann ich dir auch sagen wann ich dich besucht hab und dann kannst du dir das auch angucken was ich gesagt hab nice ähm hab kein akku bis später ja bis später fahrt ähm du kannst später stream hier oh lord und ja es kommt immer wieder zu schauen meine ähm minecraft ist ja ein sehr beliebtes spiel wenn du es so wirst nice jetzt hole ich mir noch die musketieren weg und dann sind wir eigentlich auch schon durch nirgendwo ja die die lakaien machen jetzt auch nix okay der stream läuft aber noch ganz flüssig sehe ich gerade und ich wie lange streamen wir eigentlich schon man ich würde das gerne wissen aber ich sehe das ja nirgendwo wenn das jemand weiß wie lange ich schon streame kann er mir sehr gerne sagen ich sehe das nämlich nirgends ein sep dann ist das auch schon wieder geklärt hier ähm ja die goblin gang ich kann nur noch bis zu einer stunde streamen wieso kannst du nur bis zu einer stunde streamen ähm ja stimmt morgen ist wieder schule äh ja ich werde heute abend auch einiges noch für die schule machen müssen keine angst ihr seid nicht die einzigen denen es so geht oh ja und dann muss ich ja bald auch arbeiten gehen nach den sommerferien muss ich dann arbeiten mal schauen morgen ist keine schule bei mir ist morgen schule leider warum ist bei dir keine schule warum ist bei dir keine schule bei mir ist schule und du hast einfach mal keine schule warum hab ich dann schule ähm ja alle die morgen schule äh alle die morgen schule haben schreiben mal in chat ich bin wahrscheinlich der einzige der morgen schule hat von euch ähm ja weil es so ist ist so warum muss ich dann in die schule gehen ich könnte mich auch krank melden aber nein in der 10. klasse sollte man nichts verpassen und jetzt spiel ich mal Doppel-Mega-Ritter vielleicht wird das ja was hier ein Sepp drauf nice one nice one und die Dings ich wohne ja in Thüringen stimmt's ja ich wohne in Sachsen und da sind die Schulregeln ja ganz anders wieder ist ja richtig weiter Unterschied und das sieht doch mal nach einem 3-Kronen-Win aus gutes Spiel nicht schlecht und der Stream-Bugt immer noch nicht das gefällt mir ähm ja hi Eismagier ja schön dass du mir zuschaust das Deck ist gut oh ja danke Black Girl danke Black Girl wer bist du Black Girl? guckst du mir grad beim Stream zu? er bugt leider der Stream warte wo bugt der? ähm ich mach mal nen Kampf ich mach grad die Queen ich hab den Account ja ähm ich werd das jetzt mal gucken und dann schauen wir mal ob der bugt der bugt leider das Team ich seh bisher noch nichts backen äh meine Internetverbindung ist super top ist die also der Stream-Bugt nicht? überhaupt nicht wenn du jetzt gewinnst kommen die Kronen so langsam äh die Kronen kommen langsam wie langsam? wie meinst du das mit langsam? du hast Mega Ritter ja ich hab alle legendaren Karten außer den neuen Geist da ich spiel aber den Mega Ritter grad gerne und ich gewinn hier eh grad schon wieder die Kronen kommen langsam wo kommen die Kronen langsam? hä warum währt der nicht ab? das hat dir so viel gebracht? äh die Kronen kommen langsam wo kommen denn die Kronen langsam? wenn ich wüsste wo die Kronen langsam kommen aber ich find's jetzt nicht so schlimm ich find's halt wieder schlimm wenn der ganze Stream dann manchmal Blackscreen hat wenn die Kronen langsam kommen find ich das gar nicht so schlimm ähm auf mein Handy kommen die Kronen ja auch langsam weil ich mehrere Apps geöffnet hab noch zum Streamen und dann ist das auch okay so okay ja hier wohl Lord ähm die Kronen stürmen mich eigentlich nicht wenn die langsam kommen mich stört halt nur wenn dann wieder der ganze Stream leckt und man mich nicht richtig versteht und nur immer Abschnitte kommen okay das sieht gut aus jetzt hat's bei mir geleckt auf dem Handy dafür kann jetzt die Streaming App nix hast du PS4? nein hab ich nicht ich hab aber ich hab eigentlich gar keine Gaming Konsole ich hab nur einen Fernseher erstellen ich kann mir ja mal später eine zulegen ich werd jetzt auch nicht so schnell mit YouTube aufhören ich werd wahrscheinlich einige Zeit YouTube Videos machen ich werd nicht inaktiv gehen wie Lichtl oder Pucki ist glaub auch inaktiv geworden es sind einige Clash Royale YouTuber inaktiv geworden hab ich gesehen aber ich werd weitermachen Laptop ähm Tablet mir fehlt noch die Tastatur dann ist auch ein Laptop ähm ich brauch das eigentlich gar nicht ich werd mir später einen PC zulegen dann geht das mit den Streams auch besser und dann ruckelt das eh nicht mehr so aber bisher hab ich ja noch ich hör auf nächstes Jahr wieso hörst du auf also bisher hab ich ja noch nix verdient ich werd vielleicht irgendwann auf Spenden machen und dann mal auf einen Laptop sparen oder PC PS4 ist gut kann ich mir vorstellen mein Cousin hat auch eine ich hab bisher noch nicht gespielt aber man kann's ja also ich könnte ja mal vorbeischauen bei dem mein PC erkennt keinen WLAN wieso erkennt er keinen WLAN hä ähm du kannst ihn auch glaub über das Kabel anschließen also über so ein ähm ja mein Fernseher ist auch über so eine Steckdose angeschlossen ans WLAN also ja versuch's mal damit vielleicht geht's dann hat zwar etwas gekostet dieses diese Steckdose aber die funktioniert und mein Fernseher ist echt schnell ich kann nur über Internet gucken weil ich hier oben keinen Satellitenempfang hat Empfang hab hat klar ähm und dann musst du halt über Internet gucken und der Stream der funktioniert eigentlich hervorragend ich weiß nicht was heute früh los war ich stream vielleicht jetzt schon 20 Minuten wir haben kein Kabel im Wohnzimmer es muss ja durchs Wohnzimmer hm ja ähm du kannst ja mal Internet Tutorials angucken vielleicht gibt's da irgendeine Lösung dafür es gibt einige Leute die sowas gemacht haben mein Bruder spielt auf der PS4 FIFA 18 ja mein Cousin hat eine PS4 halt zu Weihnachten bekommen und der hat auch FIFA 18 drauf aber der spielt das halt nicht so gerne der spielt lieber sowas wie Autorennen und Mini Craft ähm ich bin auch nicht so Fußballfan aber trotzdem ich würd's trotzdem spielen es macht bestimmt auch so fun also Fußball gucken direkt tue ich nicht im Fernsehen aber wenn man dann selbst vor der PS4 sitzt und das spielt macht das bestimmt mehr fun als sich das im Fernsehen anzugucken hab auch ne PS4 cool so Sepp Nice das passt äh ja nice das hab ich noch nicht verloren ähm zu Weihnachten bekommen ja cool ja nice gut ich hoffe das wird was mir reicht auch schon unentschieden zu aber mit dem Deck komm ich hier grad richtig gut klar also sollte das was werden hier nochmal unseren Mega Ritter den Golem Zerstörer ich muss hier einen Sepp drauf holen sonst stirbt das alles oh fuck der Sepp kommt zu spät der kommt zu spät stirb einfach ja nice und jetzt ist mein Turm eh down jetzt hat er wieder seinen Blitzzauber und dann ist vorbei für mich ich wette es so ja nice kennst du das Spiel Fortnite ja ich kenn das Spiel Fortnite ähm das ist bisschen so wie ähm wie sagt man Battlegrounds PlayerUnknown's ne PlayerUnknown's Battlegrounds wer heißt das jetzt ähm Offsurvival irgendwie so war das ich grad noch ein tausend Turnier bei getreten die letzten 5 Sekunden mit Passwort und es waren mir nur 78 Leute ich krieg eine Kiste nice ja ich kenn Fortnite ja Mobile Games sind auch cool ich find das ich find Mobile Games halt besser als die PC Games die meisten zumindest Clash Royale macht mega fun egal wie lange man das spielt aber ähm ja wenn du GTA einmal durch hast ich glaub dann ist das auch nicht mehr so geil aber es gibt ja noch andere Spiele wie auf dem PC wie PlayerUnknown's Battlegrounds Survival ich glaub das heißt so und das Spiel macht schon mega fun ich spiel so ein ähm so eine mobile Version davon und ja die sind noch halt nicht so geil Sepp der Stream leckt zumindest noch nicht aber ja die mobile Version macht auch Spaß ähm die heißt Rules of Survival falls sich jemand dafür interessiert und sowas gerne spielt kann er sich reinziehen ähm die Qualität geht einigermaßen man kann's auch auf dem PC spielen aber es macht Spaß da kann ich nicht meckern und vielleicht nehm ich das Spiel auch mal auf und stell euch das bisschen vor ich schick dir nachher ein Video ähm auf WhatsApp von meinem PC ja mache ähm ich hab zwar einen PC aber der ist noch auf Windows XP und da bringt mir das überhaupt nichts ähm den nutze ich eigentlich für Schularbeiten öfter mal dafür geht er halt noch und das passt Fortnite ist ein cooles Spiel ich könnte mir das auch vorstellen zu spielen ich hab's aber auch leider nicht ähm Fortnite ja ich hab mir erst den ich glaub das war ein Video dazu angeguckt und ähm ja ist auf jeden Fall gut gemacht aber die Elixierpumpen hat der Scheiß hingestellt ach nö oder jetzt hab ich ein Unternehmen geschossen das ist nicht so nice okay geil hier erstmal dich rein zap 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 uhu ich bin so am Arsch der überrennt mich jetzt einfach hab auch kein Vordenheit tja ist ja auch nicht so schlimm man muss ja nicht alles haben äh ja fuck wie schlecht spiel ich eigentlich okay ich mach jetzt noch einen Kampf und dann würde ich sagen die App funktioniert super zum Stream ich hab die Einstellung nochmal überarbeitet und dann passt das okay ich find das eigentlich ganz geil die App ähm 1627 ist schon ich hab so ich hab so wann hab ich angefangen 17 Uhr und was hab ich angefangen ähm ja bald kann ich auch wieder Videos machen das ist cool ich schwör auf jeden Fall dann mal bei dir vorbeigucken Eis mag ja Sebastian was wirst du für Videos machen eigentlich okay der Päcker ist wieder scheiße das Vieh kann man halt so schlecht abwehren also für eine Stunde äh für eine Stunde Stream ist die App ganz okay ich werde ich streame ja eigentlich auch nicht länger eine Stunde wenn ich mal länger streamen werde werde ich das wieder über YouTube Gaming machen ach WhatsApp Nachrichten dass das jetzt kommen musste und fuck fuck verdammt sorry Leute das ist mir jetzt aus Versehen passiert ich hätte auch einfach warten können tut mir echt leid ich wollte jetzt nicht auf WhatsApp klicken aber der Kampf sieht trotzdem nicht schlecht aus okay den Päcker hole ich mir mal schnell weg den Snack ich mir ähm ich mach so Gamespiele äh so Gamespiele PC oder Handy ähm ja eine Minute fünf noch abwehren und dann ist das Spiel auch schon wieder gewonnen das passt heute Handy Handy ja Handy ich finde Handy Games nice habe ich schon gesagt sonst würde ich es ja auch nicht machen glaube ich mhm ja aber wenn man jetzt Minecraft also Minecraft auf dem Handy spielt ist das ja fast genauso wie auf PC plus dass du halt nicht deine Tasse Tor hast die haben ja wirklich alles hinzugefügt was es auf dem PC auch gibt und ich glaube da ist sogar noch mehr dazu gekommen auf was für Arbeit hier wohl lord was für Arbeit was meinst du für Arbeit hier wohl lord der Kampf sieht gut aus und ich feiere jetzt jawohl lord du kannst ähm ich glaube davon könnte ich dann in einem halben Jahr reden von der Arbeit dass ich echt keinen Bock mehr drauf habe aber ich glaube meine Arbeit würde mir dann auch Spaß machen ich bin ja fast so weit dass ich arbeiten gehen muss also ja ich würde sagen dann war es das auch schon wieder das mit dem Stream und die App funktioniert super ich bin stolz auf die App dass sie es jetzt mitgemacht hat ich glaube wir haben jetzt mehr als 40 Minuten gestreamt also dann tschau Leute bis morgen morgen kommt wieder ein neues Video heute Abend kommt kein Livestream und am Wochenende kommt wieder einer und dann tschau Leute Open Controls wie geht das jetzt aus fuck wie geht das aus äh geil wie geht das Stream aus nice äh ja kann mir jemand sagen wie das Stream ausgeht ja bye bye ich will den Stream ausmachen äh kann ich den irgendwie ausmachen wäre echt nice wenn ich den jetzt aus wie geht das äh wie geht das